Wenn ich nicht Segelflieger wär, wenn ich nicht Segelflieger wär. Ja! 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 Und Dennis, momentan Gesamtwettungsführende, was sagst du zum Wetter heute? Kalt, kalt! Und Chris, bisher der beste Diskurs in der Gesamtwettung, was sagst du zum heutigen Tag? Ja, schwierig. Man sieht sich heute ab, auch hier. Okay. Der Sport leitet heute eigentlich die Aufgabe mit. Ist so schwierig, das überlassen wir euch. Begültig! Und Dennis voll motiviert. Ich bin motiviert, wir fliegen heute mindestens 500 Kilometer. Ja. Und jetzt gibt es erstmal lecker Fuß. Geh rückwärts für dich, ich hab dich schon... Mach! Mach, Alter! Geh rückwärts für dich! Und? Ich hab zwar schon wieder den Betonmischer gehört, aber ich denke, das wird heute auf jeden Fall gehen. Das ist ja auch schon nicht die Gesteine. Geh rückwärts für dich! Ja.